Der zieht ja genauso random Sachen aus dem Arsch, das ist ja unfassbar. Herzlich willkommen zurück auf eurem Lieblingskanal für absolut geile Memes. Wir gehen heute rein in Memes I Stole vom Florida Man. Wer übrigens nicht weiß, was es mit dem Florida Man auf sich hat, das ist ein mega lustiger Insider aus Übersee. Wenn da jemand was Verrücktes gemacht hat, war es nämlich meistens der Florida Man. ... ... Das ist doch das Ding, was stecken bleibt, oder? Ja, kennt man doch. Grandios. Ich frage mich halt auch, ob er noch ganz ist, das ist so gut, Alter, ist das bitter. Das ist so bitter. Warte mal, haben wir die schon gesehen? Ich weiß nicht. Die ist vier Tage alt, also theoretisch nicht. Nee, eigentlich nicht, aber da waren jetzt schon drei Clips, die ich kannte. Oh, okay. Yes, of course I did. Okay, den Clip kenne ich ja nicht. Er war der Comic-Superbösewicht einfach überall. Ja, es gibt auch irgendeinen, der ihm super ähnlich sieht. Ich weiß genau, was du meinst. Es gibt diesen einen. Ist es nicht auch ein bisschen der aus The Incredibles oder so? Äh, ja, es gibt da auch, fuck, ich kauf den Namen nicht. Er ist einfach Megamind. Du könntest ihn noch einfach, du könntest ihn noch einfach, du könntest ihn noch einfach in den Bauch von so einem richtig großen muskulösen Typen stecken. Ja, und dann ist das Krang. Dr. Vortex, genau, Dr. Vortex oder Megamind, genau. Oh. Ich bin nicht allah. Du kaufst, wie du mich kannst. Ich bin starrig. Du kaufst, wie du mich kannst. Ich bin nicht das, bro. Ich bin... Das war editiert, das hat nicht mal auf die Schritte gepasst. Aber das war trotzdem geil. War lustig, ja. Jesus! Oh, du hast die Tür für mich geöffnet. Das ist okay. Danke. Keine Worte. Du hast keine Wechten oder so? Nein. Mach mir bitte kurz auf. Nein, nein, nein. Nur deine Jacket. Oh. Schau. Okay, du kannst hier. Nee. Oh, wow. Oh, wow. Oh, wow. Das ist ein Wisch. 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 Was bin ich? Ah! Was ist dein Wisch? Was ist dein Wisch? Also, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Was war das? Der darf nicht wirklich Little House, man. Ich bin nicht sicher. Sind die Freunde? Sind das deine Freunde? Ja, ja, bästig. Bästig sind wir Freunde. Aaaaaah! 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 What the fuck? The fuck? Dieses Game, ey. Das hat auch die eine oder andere Ehe aufm Gewissen, glaub ich. Aaaaaah! In der höreischen Szene, wo Mom uns gerade zu Ende zum Schluss zu essen hat, ihr her echte, dre als Bunker, klingel Kugel. Entschuldigung? Aaaaaah! 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 Das ist bei ihm, Alter. Er hat einen Potion getrunken. Den Endboss konntest du nur nicht sehen. Der musste sich beeilen, um noch in die Spawn-Reihe zu kommen. Ich verstehe. Für den nächsten Raid. Religion, Alter. Komm her. Komm her. Porkchop, komm her. Hat er Katzen-Sounds aufgenommen und weiß, was sie tun? Ich schwöre dir, dass es eine Katzen-Übersetzer-App gibt. Meinst du? Wett ich. Ich kann ja nicht gucken, weil mein Handy auf der anderen Seite lädt. Aber ich schwöre, dass es das gibt. Google das. Okay, Olli googelt das. Let me google that. Das ist ein Alexa-Skill. What? Meowth. Sorry, aber der beste Joke kommt mal wieder aus dem Chat von Graphics. Der schreibt, ja, Kat-GPT. Okay, also die ersten drei... Okay, dass Olli den nicht appreciated beweist einfach, dass Olli keinen Humor hat. Das halten wir jetzt hier mal schriftlich fest. Ein für alle Mal, danke. Ich bin ja konzentriert, weil ich gerade versuche, nicht gescammt zu werden. Die dritte App, die ich gefunden habe, hat 1-Stern-Bewertung im Playstore. Ich habe gerade Angst für meine privaten Daten. Ich kann dir sagen, warum die 1-Stern-Bewertung hat. Weil irgendwelche verzweifelten Katzen-Ladies, die installiert haben, gehofft haben, sie könnten jetzt wirklich mit ihren Katzen sprechen und es nicht funktioniert hat. Und die sind jetzt traurig. Vor Lifetime. Amogus. Sus. Amogus. Susi. Susi Bucky. Amogus. Sus. Amogus. The fuck? Oh, bitte nicht wieder so einer, der so lacht. Oh Gott. Das macht alles unlustig. Digga, geh doch zum Lungenarzt. Vor allen Dingen ist das alles gestellt, Alter. This little kitty got spayed. She got a little shaved tummy right there. Right? Little bald spot. Baldi. Bald. You're bald. Everybody hates you for it. Hey, look. Don't block me. Don't block me. But. Is your name pronounced? Naia. Naia. This is my new carpet. It's new. Come on, man. Direkt raufkacken. Come. No! Yes. You're pissing me off. What would you want to do, bruh? It's whatever. It's whatever? It's whatever. What we're going to do? Fight a fuck? I'm getting naked either way. I just want to know. It's exciting. I just want to know. Digga, hab ich letztens mit dem Slap des Jahrtausends gerechnet, du. Krass outplayed. Was für ne dreckige Nummer. Was für ne dreckige. Lustig. Was für ne dreckige Nummer. Was für ne dreckige Nummer. Was für ne dreckige Nummer. Ist wahr, ist wahr. Was für ne dreckige Nummer. 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 Was sollte die Menschen nicht machen. Gehen zum Al-Franck Haus. Ja. Frau Brugger. Und sie ist nicht da. Was für ne dreckige Nummer. Sie ist nicht da. Was zur Hölle, ey. Das sind aber alle nicht so. Alter. Hab ich abgeholt. Weil da gerade jemand im Chat übrigens schreibt. Herzlich willkommen, Olli. Ich habe dich Samstag im Moshpit gesehen. Wer es findet, darf es behalten. Was hast du verloren? Gar nichts. Deine Jungfräulichkeit? Überhaupt nicht. War mittendrin im Moshpit. Schön rasiert. Er steht. Das macht mich halt alles fertig. Ich bin Moshpit. Ich trinke manchmal Monster-Energy-Drinks, die sind wie Piss-Magnets. Sie sind lecker, aber sie machen dich schreien. Sie machen dich schreien, deine Frau zu schreien, ich habe gesehen, viele Leute trinken Monster, die du weißt, sie gehen nach Hause zu schreien. Eigentlich nicht so viel, also er labert schon eine Menge Scheiße, aber er tut immer so, als wäre er wissenschaftlich unterwegs. Ah, okay. Ja, siehst du, passt doch. Völlig wild. Kenn ihn gar nicht, aber ist lustig. Warte mal, verwechsel ich den? Theo Vaughn ist doch auch der Typ, der über dieses Dinosaurier-Plateau gesprochen hat, oder? Dieses von Bergen und Klippen umgebende Plateau, wo er davon überzeugt ist, dass noch prähistorische Kreaturen da irgendwo leben, irgendwo im Dschungel, oder? Das ist der Typ. So was, ja, oh Gott. Ja, nee, ja, nee. Ja, nee, ja, nee. Das sind original die ersten Antworten im Chat. Naja, genau, das große Tal-Ding da, irgendwas. Ich glaube, das ist der Typ. So was gibt's ja, echt. So, Papa, what is the secret to making your marriage work? Lots of sex. And? And more sex. Aber der ist richtig amusantisch. Es ist alles based on sex. Ich weiß, du machst das auf Facebook, du Idiot. Willst du stop? Ever do an Amazon Review on anything? It'd probably be this window cat perch. That's gotta be 50 plus pounds of fat lord. Oh! No, I did not. Bitsy. Hey, can I have your sandwich? Please. Sure. Thanks. 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 Hey, Bo, is this you? Die Augen sind so schön, aber ich liebe meine Augen mehr, weil ich ohne meine Augen kann, ich würde nicht sehen, dass du schön bist. Wait, bitte nicht jetzt. In Brasilien kann man sehen, diese Maquinier zu sehen. Sie sehen, sie sehen. Sie sehen, sie sehen. Sie sehen, sie sehen. Sie sehen, wie ist das Schraub? Das ist ein Schraub? Das ist ein Schraub. Das ist ein Schraub. Hey, Baby. Was ist das Schraub? Es ist ein Schraub über das neue Gebäude, das sie bauen. Ach, das Ding. Ich sehe nichts. Lass mich das Schraub anziehen. Ich glaube, es ist zu schraub. Ah! Ah, dreckig. Aber jetzt, ohne Spaß, zu dem zu dem EC-Lesegerät. Ja. Ich weiß gar nicht, ob das eine urbane Legende ist oder so. Ich habe legit keinen Plan. Vielleicht ist jemand da im Chat, der das weiß. Aber es gab doch jetzt dieses Jahr die große Panik, dass die Leute damit auf den Weihnachtsmärkten unterwegs sind und so. Echt? Und jetzt, wo diese Karten alle da sind, für die du bis zu 50, 30, 50 Euro halt die Pins nicht mehr eingeben musst, dass die Leute versuchen, einfach so 10 Euro einzugeben oder so und dir das einfach abzubuchen. Ja. Also, Chat sagt auch schon ganz richtig, ja, einfach einen RFID-Blocker rein ins Portemonnaie ist immer eine gute Idee. Oder man packt das Portemonnaie dahin, wo das nicht passieren kann, ohne dass ihr es merkt. So, das geht natürlich auch. Ihr müsst die Karte einfach zwischen zwei Teller große Neodym-Magneten packen. Ja, das ist eine gute Idee. Das spart auch ohne Ende Geld, weil ihr kommt auch nie wieder an die Karte. Das ist richtig. Die funktioniert auch nicht mehr. Es war. Es war? Fick dich. Du fährst mit mir jeden Tag zur Arbeit. Ich fahre überhaupt nicht so. Soll das jetzt? Wieso bist du jetzt so? Ich mach nur einmal Lichthub und dann fahren die Leute zur Seite. So sieht's aus. Zähne. Naja, war halt anstrengend, ne? Aber er hat gesagt, mach ruhig. Also wir sind uns schon einig, dass Mimaman vielleicht auch ein Deutscher ist. Da sind oft deutsche Sachen bei. Kann passieren, ja, wer weiß. Kann passieren, ja, wer weiß. Ich finde die Urge. Es ist so hart gerade jetzt. Nicht, dass dieses Stück von Cheese auf dein Gesicht und wenn ich es für Cece fahre. Was würdest du das tun, wenn ich es getan habe? Du schaust in deinen Lippen, du fährst es. Oh! Wow! Ich weiß, ich bin mir gar nicht so sicher, ob die Typen nicht mittlerweile einfach so ein Radar dafür haben, dass sie sehen, so guck mal, der Typ, der will mich jetzt richtig abzocken und dann gebe ich ihnen das einfach direkt. Wett ich. Das Ultra-Instinkt, weißt du? Wheee Are you fucking kidding me? Scheiß mal auf Putin und die Ukraine Aber war das ein Schoko Ausstreustift? Mhm Außerdem ist es gefährlich für Putin und für die Ukraine Weil jeder der das sieht stirbt potenziell an Cringe Oh Gott ich krieg Oh Gott ich krieg PTSD bei denen am Blick Alter wie ich den Nemesis gehasst hab Alter der war so ätzend Wow Oh kennst du das? So geil I don't understand You will be loyal to a group of On your block For no reason Well that's your girl And she sucks your dick Come on baby eat that Cause you know it's good for the coochie coochie Babe don't f***ing see that What? I don't know my parents Your dad doesn't give a f*** What the f*** What the f*** How jealous do you think the back of your balls are Of the front of your balls dude Well the back of your balls hang out with your a**hole The front of your balls hangs out with your a**hole Yeah I'd much rather hang out with a d**k than an a**hole Me too imagine it's being back there It's like living in the slum Small What's that one? I'm 411 and what's going over me anyway Don't you laugh Wow Wow Im ernst? How to f*** up everyone Soft What the f*** Pretty boy A b*** Alright if I get this in You gotta kiss me Alright for right now go follow my Instagram, Snapchat, Twitter Here we go Here we go And hold that ball Good, thank you Good There it is After his prime I get to the better class We can probably not walk anymore, right? Nice Here we go Hold that ball Good Go here Just gonna go around the neck like that You can see people watching outside my arms So Go and bite down for me Hey, Ami Chiropraktiker There we go Just wild Just wild Move Yeah Yeah What the f*** Ha 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 The machines The machines The machines are taking over You Wow Holy s*** What is that? Werden die noch so aufgeweckt? I started the timer Werden die noch so aufgeweckt, huh? You asked me to do something So it took you a minute and five seconds Good job Stark Oh, da sind die Rare Moments in Sports wieder die wir uns noch nicht angeguckt haben Heiheihei, das stimmt Irgendwann Die Rare Moments in Sports Irgendwann müssen wir uns die noch angucken Freunde Ich als Sportinteressierter Bin sehr interessiert an den 35 Rare Moments in Sports Wir machen das folgendermaßen, Freunde Ihr geht jetzt auf unseren Kanal und da schaut ihr mal, ob wir vielleicht doch schon drauf reagiert haben Vielleicht findet ihr was, bis gleich Euch Jetzt Vielen Dank.